Und momentan ist die Challenge, in 31 Tagen über 10 Kilo runterzuziehen. Heute ist Tag 29, 1,1 Kilo sind schon runter, also von 102 auf 100,9. 92 Kilo ist das Ziel, damit wir auf der Bühne, auf der Men's Physik, Bühne ist eine Fitness-Bodybuilding-Kategorie, am 5. Mai geil aussehen. Und ich nehme zurzeit zwei Nahrungsergänzungsmittel, weil ich gar keinen Bock habe, alles einzeln zu nehmen. Nämlich zwei Verbundsprodukte, wo alles miteinander kombiniert wird, damit man eben nicht 20 verschiedene Dosen zu Hause hat. Und das Erste ist, für die Gesundheit, wer Bock drauf hat, war das vier. Es geht darum, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, alles für die Gesundheit. Die Vita-Sphäre, also Vita, lateinisch das Leben, und die Sphäre, die Kapsel, in der du geschützt bist, vor äußeren Einflüssen wie Stress und alles, was dazukommt. Schlechte Ernährung, schlechter Schlaf. Das nehme ich zweimal täglich, und zwar nehme ich zweimal täglich drei bis vier Kapseln. Das nehme ich persönlich. Das ist nicht das, was draufsteht, aber es ist das, was ich persönlich nehme, weil ich jetzt in der Zeit nicht irgendwie krank werden will oder Krämpfe beim Training oder schlecht schlafen oder Kopfschmerzen oder was auch immer. So, und das Zweite ist, das ist natürlich mein Geheimpräparat, das ist das Enerject, also von Energie, von sozusagen, also Energie, ist klar. Und Jacked ist die umgangssprachliche Form für, are you jacked, bist du auf Stoff, bist du voll drauf. Das wird im Deutschen auch verwendet, und zwar, wenn man sagt, im Englischen heißt es, what kind of juice do you take, deshalb steht hier the German juice drauf, the German juice, what kind of juice do you take, heißt, übersetzt, was für Saft nimmst du, aber im Umgangssprachlich heißt es, auf was für ein Zeug bist du drauf. So, und deshalb sagt man im Deutschen ja auch, in der vollen Saft und Kraft stehen. Das Enerject ist dafür da, mehr Drive, mehr Wachheit, mehr Konzentration, weniger Hunger, mehr Muskelaufbau, mehr Fettverbrennung, mehr Power, mehr Fokus. Das nehme ich natürlich jetzt dreimal täglich, manchmal auch viermal täglich. Es wird empfohlen, einmal täglich zu nehmen, ich nehme es drei bis viermal täglich, und zwar nehme ich es alle vier Stunden, einen zarten Löffel, keinen gehäuften Löffel, sondern einen zarten Löffel, bin somit viermal täglich in meinem Hunger reduziert, habe trotzdem Power und Energie, kann es sehr gut vom Training nehmen, gleich morgens nach dem Aufstehen, nicht mehr abends zum Schlafen gehen, weil es stimuliert natürlich, deshalb bei mir ist es so, ich sage jetzt mal 7 Uhr, 10.30 Uhr, 13, 14 Uhr und dann nochmal um 18 Uhr und Schluss ist die Maus. So, das ist zur Zeit, was ich mache. Das ist natürlich das Vierfache, wie empfohlen wird, aber das Vierfache zeigt auch die Vierfache Wirkung. Also, ist ja ganz klar, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich verdiene 2.000 netto und plötzlich habt ihr 8.000 netto, also das Vierfache, dann merkt ihr einen riesen Unterschied. Dann seid ihr zwar nicht der reichste Mann der Welt, aber ihr merkt schon einen Unterschied zwischen 2 netto und 8 netto. Okay, das ist das zur Zeit, was ich nehme. Schaut euch meine Bilder an bei Instagram, schaut euch meine Videos an, da lade ich auch mein Training hoch, wenn ihr Bock habt und vielen Dank fürs Zusehen und jetzt viel Erfolg euch. Achso, wenn ihr Interesse habt, beide Produkte sind gerade 40% rabattiert, bis zum 10.05. noch. 10.04. 10.04. 10.05. Ich glaube 10.04. Ja, genau, 10.04. 40% Rabatt auf beide, der Code ist VITA40, VITA40 und dann spart ihr 40% Rabatt, wenn ihr wollt. Ansonsten nehmt irgendwas anderes, Hauptsache ihr seid zufrieden, habt gute Erfolge, bis dann, ciao. .